Spüre in dich in diesem Moment, okay, da ist dieser Widerstand und ich nehme ihn jetzt voll an und ich versuche ihn jetzt nicht zu bewerten, nicht zu verurteilen. Hey, ich hoffe, dir geht's super. Heute möchte ich gerne mit dir beleuchten, wie wir mehr Flow in unsere Arbeit bringen können, wie wir produktiver sein können, wie wir fokussiver sein können und das Ganze aus einem spirituellen Blickwinkel beleuchten. Und sozusagen schauen, wie wir Spiritualität und Impact oder Wirkung in der Außenwelt, insbesondere vielleicht in deinem Beruf, in deiner Arbeit, mit deinen Teams zusammenbringen können. In meiner Erfahrung, auch in der Arbeit mit Coaches und Mentees und in meinem eigenen Leben natürlich auch, merke ich, dass wenn wir uns anschauen, was Flow ist, was Fokus ist, was Impact ist, dann denke ich, ist es immer wichtig, dass wir uns als erstes anschauen, was sind denn die Blockaden, die uns davon abhalten, im Flow zu sein. Weil Flow ist in meiner Erfahrung ein sehr natürlicher Zustand, der automatisch passiert, wenn wir uns fokussiert auf eine Sache fokussieren. Es ist unsere hinwohnende Gabe und Sehigkeit und Kapazität, diese Zustände zu generieren, wenn wir uns mit unserer allen Aufmerksamkeit auf eine Sache fokussieren. Und dann ist die Frage, was hält uns davon ab, diesen Fokus aufrecht zu erhalten. Natürlich gibt es wahnsinnig viel äußere Ablenkungen, Social Media, Telefonate, Menschen, die uns etwas von uns wollen und sonstige Trigger. Aber es gibt vor allem auch sehr viele innere Blockaden und Trigger und die möchte ich heute insbesondere anschauen. Und ich möchte dich einfach mal auf ein Experiment einladen. Wenn du merkst, dass du ein neues Projekt angehst oder eine Aufgabe, am Morgen vielleicht, und du merkst, du schiebst etwas auf, ja, dann nutze das als Möglichkeit, um in dich zu gehen und genau zu schauen, welcher Widerstand in dir führt dazu, dass du das Ganze aufschieben möchtest, ja. Es gibt für Menschen unterschiedlichste Bereiche, die für sie typisch sind, wo sie das tun. Es gibt die typischen Beispiele, wo wahrscheinlich für eine Mehrheit der Menschen tendenziell Widerstände generiert, wie zum Beispiel Buchhaltung, Rechnungen überweisen, sonstige Ablage und administrative Tätigkeiten, die wir alle vielleicht gewohnheitsmäßig gerne aufschieben. Und hier liegt gleichzeitig ein ganz großer Schatz für uns begraben, wenn wir das nutzen, um uns spirituell weiterzuentwickeln. Was bedeutet das, wenn wir das nutzen, um unsere inneren Karten zu überwenden? Als erstes, was machen wir gewohnheitsmäßig? Gewohnheitsmäßig nimmst du dir vielleicht diese Arbeit vor, die du vor dir herschiebst, sagst, morgen mache ich diese Anrufe, diese Follow-Ups oder morgen mache ich meine Buchhaltung, morgen überweise ich diese Rechnung, morgen mache ich meine Ablage und so weiter und so fort. Da kommt der Moment und irgendwas in dir bringt dich dazu, das Ganze aufzuschieben. Und normalerweise achten wir allerdings nicht darauf, was das in uns ist, das uns dazu bringt, es aufzuschieben. Wir fühlen einfach nur, dass in uns ein Widerstand ist und dann schieben wir das auf und machen was anderes. Ja, manchmal machen wir was anderes, was auch wichtig ist, aber vielleicht nicht so wichtig, aber wir machen uns vor, es sei so wichtig, einfach damit wir nicht das Eigentliche tun müssen, was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Und das sind aber goldene Momente, weil wenn du in dem Moment stattdessen wirklich in dich gehst und spürst, was ist dieser Widerstand in mir? Und das Ganze nicht aus einer analytischen Sicht, sondern das Ganze einfach nur, indem du deine Aufmerksamkeit auf dich, auf diesen Widerstand lenkst und in dich hineinspürst und spürst, ah, da ist ein Widerstand, okay. Und vielleicht kommt das aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen, vielleicht haben wir Glaubenssätze in uns, die sagen, ja, alles um das Thema Geld ist schwierig und alles ist knapp und deswegen tun wir uns bald schwer, Rechnungen zu überweisen, deswegen tun wir die Rechnungen aufschieben, deswegen beschäftigen wir uns wirklich gerne mit Bruchhaltung, weil es vielleicht auch in der Vergangenheit über unsere Familie, Eltern, Umgebungen mitgekommen haben, dass das ein Thema ist, was niemand gerne macht, wo Schmerzen sind und so weiter und so fort. All das können Ursachen sein. Es geht jetzt allerdings nicht darum, diese Ursachen zu analysieren und aufzuarbeiten, sondern es geht im Endeffekt nur darum, dass wir uns klar werden, es gibt eine Ursache, die dazu geführt hat, dass ich in mir diesen Schmerz spüre, wenn dieses Thema hochkommt und dass ich einen Abwehrmechanismus aufgebaut habe, diesen Schmerz zu unterdrücken, diesen Schmerz auszublenden, aus dem Weg zu gehen und in dem habe ich dieses, ja, diese gewohnheitsmäßige Aufschieberitis entwickelt. Das Ganze wird uns natürlich unser Leben lang zurückhalten, wenn wir diese Blockaden nicht auflösen und eine einfache Möglichkeit ist, dass du in dem Moment, wo du spürst, jetzt, meinetwegen steht die Buchhaltung an, dass du in dich gehst und sagst, okay, da ist gerade dieser enorme Widerstand da, aber anstatt das jetzt wieder aufzuschieben, schaue ich mir diesen Widerstand an. Nicht analytisch, sondern ich richte einfach meine Präsenz darauf. Ich spüre in mir diesen Widerstand, ich nehme ihn wahr und was dann passiert, ist oft erstaunlich, nämlich, dass wir merken, es ist gar nicht so schlimm. Und indem wir dann in das Tun gehen und es präsent machen, können wir den Widerstand spüren. Und dieser Widerstand ist im Ende nichts anderes als eine Form von Energie, die in uns fließt oder die von uns blockiert wird und gewisse Emotionen oder innere Schmerzen auslöst. Und indem wir dort unsere Aufmerksamkeit drauf blenden, dann passiert das, was Eckhart Tolle sagt, dass wir leuchten mit der Taschenlampe unsere Consciousness, unsere Awareness auf diesen Pain und der Pain löst sich auf. Und das ist magisch und das ist spirituell, weil jetzt lösen wir Blockaden, Energieblockaden in uns auf und das wird nicht nur auf diesen kleinen Teilbereich Auswirkungen haben, sondern auf unser ganzes Leben. Und du wirst merken, dass du generell mehr in Flow kommst und dass du generell mehr Flow in deinem Leben auch in anderen Lebensbereichen hast. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen. Spüre in dich in diesem Moment, okay, da ist dieser Widerstand und ich nehme ihn jetzt voll an und ich versuche ihn jetzt nicht zu bewerten, nicht zu verurteilen. Ich spüre einfach, in mir ist ein gewisser Schmerz, eine gewisse Empfindung und ich habe das jahrelang unterdrückt und jetzt schenke ich dem zum ersten Mal eine wirkliche Aufmerksamkeit. Und indem ich ihm diese Aufmerksamkeit schenke, diesen Raum, dass dieser Widerstand, diese Energie da sein darf, indem ich das tue, löse ich es auf und lasse ich es los. Und das kannst du in allen deinen Lebensbereichen machen, aber insbesondere auch in deiner Arbeit. Und so kannst du deine Arbeit wirklich als Teil deiner spirituellen Reise machen. Und das ist, denke ich, das, worum es geht, wenn wir Yoga leben wollen in unserem Leben, dass wir Yoga nicht nur auf der Yogamatte leben, sondern insbesondere auch in unserem Leben, wo Arbeit nun mal so viel ausmacht. Und mich würde es interessieren, ja, welchen Impact hat das auf dich? Du kannst es auch darauf anwenden, wenn du zum Beispiel vielleicht führst du ein Team und du hast gewisse Teammitglieder, mit denen du schwierige Gespräche führen musst, die du aufschiebst. Hier kannst du bewusst diesen Schmerz annehmen und sagen, ich gehe jetzt in diese Situation, ich spüre den Schmerz, ich lasse ihn da sein und indem ich es da sein lasse, kann sich die Blockade auflösen. Das ist der Weg des Ghost Lessons, Path of Surrender, Michael Singer, sein Buch Untitled Soul. Soviel dazu heute. Wenn du Lust hast, ja, mal über dein eigenes Leben zu reflektieren und ein Kennenleingespräch mit mir zu machen, können wir gerne mal deine Situation anschauen und schauen vielleicht, welche Tools für dich die richtigen sind in deiner Situation und vielleicht auch schauen, ob wir dich bei der Reise ein Stück weit begleiten können. Falls du das machen möchtest und ein kostenfreies Kennenleingespräch vereinbaren willst, kannst du uns gerne eine E-Mail schicken, findest alle Informationen unter diesem Video. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017